Touchdown jetzt. Weißt du, kaum spiel ich Stürmer schon, haben wir die Chance hier. Jawoll! Mach ihn rein jetzt, das Ding, Niffy! Warte, wir müssen in der Mitte stehen, da kommt wieder ein neuer Ball. Aufnahme läuft? Ja. Herzlich willkommen zurück zu Fall Guys mit Goro Bai. Moin. Ein Kreisel, das Spiel kenn ich nie. Da springst du rüber, musst du hochgehen, dann musst du durch diese Dinge... Hab ich jetzt alle Spiele schon gesehen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das hatte ich nie. Das ist, äh, ist aber auch manchmal hartnervig, kann ich sagen. Äh, alle heißen V, geil, deswegen zeig ich die Namen jetzt einfach nicht, weil... Es hat nicht so viel Sinn. Da ist einer ein Schnabeltier! Ich will das Schnabeltier! Da musst du... Ja genau, ich spring und, und, äh, haut mich trotzdem an. Ja, ich bin schon zweimal hingefallen. Easy. Oh Gott. Okay. Easy game. Nein! Oh mein Gott, ich wär fast von der Map geschlagen worden. Ich wurde von der Map... Ne, du nicht. Okay. Die Mitspieler sind das Schlimmste, ehrlich. Ja, ihr müsst auch die gelben Dinger! Okay. So, ich bin drüber. Okay, sieht gut aus für mich. Bist du der Fuchs hier vorne? Ach ne, du bist ja die Ananas. Ich bin eine Ananas! Oh, ach ja, das wird mir sogar angezeigt, wo du bist. Dass du eben umgehauen wurdest. Du bist jetzt vorne, laufst jetzt hoch. Oh, aber ganz knapp. Aber ein Knapper hier, Schnippie. Ach doch, das kenn ich! Das Spiel. Ja genau. Durch die Mitte ist blöd eigentlich. Oh, nein! Ui, 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 ui! Ich wurde voll nach vorne gesetzt. Hat er vollen Abgang gemacht, ey. Das war voll der Hack. Ich wurde voll nach vorne gesetzt. Cheatest du wieder? Ja. Ich bin drin im Ziel. Wie eigentlich immer. Ich warte auf dich. Ich bin ... Ja, weiß ich nicht, wie ich dir das sagen soll. Da kommst du. Ja, ich seh dich. Komm, Goro! Ja, das schaff ich, das schaff ich. Mit offenen Armen. Hallo! Komm her, mein Schatz. Ich geh mit dir zusammen rein. Ja. Also nur ... Es ist ungefähr ... Ich weiß nicht. Es sind vier, fünf Tage seit der letzten Aufnahme. Deswegen ... Ich hab das abends mal gespielt. Ich bin ein bisschen aggressiv. Ja, eine Runde mach ich zwischendurch auch. Dann rage ich am Ende der Runde, weil ich dumm verloren hab. Und dann hör ich schon wieder auf. Meistens verliere ich, weil meine Teammates ... Meistens verliere ich diese Spiele, wo du gelb-grün ... Nee, gelb-blau-rot bist. Diese Dreierteams, ja. Ja. Weil mein Team absolut bescheuert ist. Immer noch beste 50 Prozent, obwohl ich auf Goro gewaltet hab. Wird ich das mir herangezogen? Nee. Obwohl ich bin die einzige Ananas, wenn ich das richtig sehe. Nee, zwei Ananas gibt's. Ich bin vollgeil 1789. Okay. Ich bin vollgeil 1441. Ja, keine Ahnung. Voll dumm mit den Namen. Voll dumm mit den Namen. Ja, das sieht man ja auch so gut. Total originell. Porter. Oh nein. Das hab ich noch nie gespielt, aber ich kenn's. Du musst die Bälle ... Ja, ich muss die Bälle auf meine Seite. Das ist total mobbing. Da hatte ich gestern, glaub ich, ne Runde. Da hatten wir ein ... Und da war ein anderes Team, was einen hatte. Dann ging's in die Overtime. Und dann haben wir noch gewonnen und das andere Team hat verloren. Die Ananas wird nie richtig gefärbt oder so. Irgendwie bin ich jetzt rosa. Egal. Bist du rot? Nee, ich bin blau. Okay, gut. Du auch? Ja, ja. Ich hätt's mega scheiße gefunden, wenn wir im Gegner-Team wären. Nein, nein. Das passiert nicht, wenn du als Team reingehst. So, ich hab einen Ball schon mal gesaved. Ja, ich kämpfe gerade an der roten Linie um den roten Ball hier. Bist du mir nicht angezeichnet? Ach doch, da bist du. Du bist die pinke Ananas da. Ja, ja. Und du bist im blauen Team? Ja, die Ananas wird nie richtig gefärbt. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Was war an, ey? So, wir müssen einfach nur die roten aufhalten. Das ist unser einziges Ziel heute, glaub ich. Ja, ja. Genau. Ich halt den roten hier fest. Ich halt den hier fest. Das ist meine hier. Ich halt den Piraten fest. Das ist ein dänischer Hotdog, die Wurst ist rot. Oh, die schmecken aber auch gut. Nee, die sehen auch optisch schon total falsch aus. Aber er schmeckt aber geil. Okay, rot darf einfach keinen Ball kriegen. Rot darf keinen Ball kriegen, dann ist das Spiel. Ich stehe jetzt im roten Bereich und ihr kloppt euch da. Gelb hat jetzt viele Bälle. Hier, gelb, behaltet den Ball. Nein, rot hat den Ball. Ich schieb den einfach zu gelb. Wie gesagt, in dem Spiel ist es ja egal, ob gelb. Naja, das Wichtige ist halt, dass wir nicht genauso viele haben wie rot. Das wäre ein Problem. Ja, genau. Nee, nee, wir schieben aus rot gerade immer den Ball zurück. Ob ich das jetzt in gelb schiebe oder in blau ist mir eigentlich egal. Hauptsache rot kriegt keinen. Hauptsache rot kriegt keinen. Rot hat keinen gerade. Rot ist gerade das Mobbing-Opfer. Ja. Das ist leider so. Wir haben drei. Gelb hat drei. Ich glaube, das Ding ist gegessen, würde ich sagen. Solange wir drei haben, haben wir gewonnen. Ja, ich versuche gerade, Gelb noch zu retten. So, Team Gelb. Ich hoffe, ihr habt jetzt was gut bei uns. Wir haben euch voll geholfen. Haut die andere Ananas jetzt weg? Das wäre schön. Alter, wie viele rausgefangen. Ein drittel. Ey, ich sehe keine andere Ananas. Ich sehe dich nicht mal. Wo bist du? Ich bin die rosa, ne? Was habe ich nicht gesehen? Ist aber egal. Weil ich glaube, die Ananas mit dem gelben Gesicht ist immer noch da. Oh. Alles mit Bällen heute, ey. Oh. Hier habe ich gemerkt, dass wenn du das Team bist, was aufhält, verlierst du meistens. Ja, ja. Also es gibt, manche Spieler rennen vor bis zu diesem Punkt, wo alle treffen und dann verlierst du halt. So, du bist immer noch ne rosa Ananas. Ob du jetzt Team Blau oder Rot bist, das ist völlig egal. Ja, ich sag ja, die Ananas ist immer rosa. Wir müssen einfach nur stumpf schieben. Stumpf schieben. Ich springe auch nicht gerade. Weil ich stehe vorne, deswegen springe ich nicht. Ey, ich sehe dich bis rechts. Oh, Team Gelb ist gut dabei. Wir haben übereinander so einen kleinen, äh... Wollen wir bis nach links? Äh, nach rechts? Ja, ich versuch. Okay. Sehr gut. Oh, und jetzt wieder nach links. Perfekt. Direkt wieder an die Wand. Oh, Gelb ist weiter als wir. Ja, das macht nichts. Solange wir zwei da werden, ist alles gut. Soll ich Blau mobben? Los jetzt. Ne, ne, ne. Einfach schieben, schieben, schieben. Drückt den Ball ein bisschen über die. Ja. Oh, Blau überholt uns. Okay, Gelb ist hinter uns. Wir sind Erster. Ja, wir sind Erster. Ja, das Ding ist, Ding ist gegessen für uns. Jawoll. Qualifiziert. Man merkt, der Goro hat gespielt. Der ist voll. Aber das sind jetzt auch Spiele, die der Goro halt besser kann als die Türen. Türen habe ich auch oft gemacht jetzt mittlerweile. Tatsächlich. Bin ich immer noch nicht gut, aber besser. Jetzt bin ich die einzige Ananas in Town. Ne, immer noch nicht. Die anderen drei sind immer noch da. Oh ja, die ist auch pink. Ob die Team Gelber oder Team Rot, man weiß es nicht. Ja, das ist halt voll der Hack eigentlich. Memory kann ich nicht gut. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das? Das ist die Bälle-Runde hier. Einer muss im Tor bleiben von ihm. Ich habe irgendwie das Gefühl, also das Spiel hier ist irgendwie immer random. Ich hatte gestern den Spiel des Stands 1-1 und ich bin trotzdem weitergekommen. Das war random. Das kann gar nicht sein. Oh mein Gott. Der Ball geht rein. Nein, nein, nein. Was machen wir uns? Eigentor. Jawoll. Er stiebt einfach ins Eigentor. Jawoll. Da fehlt mir auch so ein Lola Mateus, wie er flankt, wie er grätsch, wie er köpft. Was ein Idiot. Ja, der ist aber nicht drin. Okay. Hallo, kann der Ball mal reingehen jetzt? Ja, jetzt drück. Drück ihn rein. Oh nein. Pass bitte einer hinten bei uns auf. Bei uns sind drei Stück hinten. Okay. Aber. Oh mein Gott, der eine, der ist das Gehirn amputiert, glaube ich. Oh mein Gott, der geht rein. Ja, why, why. Ja, nice. Was machen die? Der Ball muss rein da vorne jetzt. Okay, wir haben einen. Der Ball muss rein. Was ist denn? 3-1. Noch ein. Noch einer. Wer ist das hier? Die gelbe Ananas. Ja, die gelbe Ananas macht hier voll die Headbums. Gottes Willen. Das ist ein Football. Das ist ein One-Trick. Oh, Alter, unser Team ist so retarded. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber die sind Gehirn amputiert. Oh. Ich glaube, das piep ich. Ich will das gar nicht sagen, aber ich habe es gesagt. Die sind halt. Komm, mach den Football wenigstens rein. Das kann ja wohl nicht da sein. Gibt ja wenigstens zwei Punkte. Touchdown jetzt. Weißt du, kaum spiele ich Stürmer schon, haben wir die Chance hier. Jawoll! Mach ihn rein jetzt, das Ding, Neffi. Warte. Wir müssen in der Mitte stehen, da kommt wieder ein neuer Ball. Okay. Du darfst in der Mitte stehen, ich mache hier den Football. Ja. Gelb hat fast noch einen drin. Komm. Oh, Scheiße. Jetzt das 4-3 und dann ist noch alles drin. Oha, der Football. Er ist gefährlich bei Blau. Jetzt ist gefährlich. Der Ball hat gelegt. Der Ball hat gelegt. Okay. Mein Gott, ich bin hingefallen. Und dann stehe ich nicht auf. Eine Viertelstunde lang. Ich verwechsel die rosa Ananas. Die rosa Ananas mit gelbem Face bin ich. Oh. Hinten. Und ich, ich muss unser, unsere Randoms hier. Ich bin vorne beim Football. Ich bin vorne beim Football. Unsere Randoms sind doof, deswegen muss ich da mal kurz hin. Oh, der Football ist fast drin gewesen. Die Randoms lassen jeden Ball rein. Jawoll! Fünf. Ja gut, das Ding ist, der, der Drops ist gelutscht. Zwei Football. Und die Randoms schieben die Bälle aber auch immer ins Tor von uns rein. Es ist auch nicht so schwer. Du musst da drunter sein. Verwechseln. Oder, oder hier. Oder Duck Jump. Mein Football ist doof. Oh ne, ey. Und da verlieren wir jetzt. Verwechseln. Oh nein, da hinten ist keiner. Ja, ich, ich mach den zur Seite. Klär den. Ja, tschau. Ne. Doch, doch, doch. Den kann man doch klären, den kann man doch klären. Jaja, Nephi ist raus jetzt. Ah, wir sind ausgeschrieben. Ja. Kannst du nichts machen, wie verwechselt mit dem anderen Ballspiel, wo man auf seine Seite ziehen muss, oder was? Keine Ahnung, ey. Oh mein God. Ey, wenn du solche Teammates hast, ne? Oh nein, der erste Ball, ey. Unsere Teammates drehen sich um und schieben den Influss. Es ist so lächerlich. Ach man. Lassen wir das Finale jetzt noch drin, oder? Wir gucken, welches Spiel ist es gewesen, wer Kohle sammeln wahrscheinlich. Ah ne, das. Ja, dann bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, das hab ich auch noch nicht geschafft. Na gut, dann. Oder sollen wir noch gucken, wer gewinnt? Ne, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Na gut. Es ist eh die anderen. Guck mal, die ist immer nur drin. Ich kann ihn nicht lieben. Ich kann ihn nicht lieben. Ich gerade auch nicht. Immer noch nicht. Das ist doof, dass man immer noch nicht lieben kann. Jetzt geht's. Äh, B. Naja, vier Runden. Ärgerlich. Oh Mann. Ich sag mal so, es ist ärgerlich jetzt. Aber gut. Hey, ich hab ne Farbe freigestaltet. Ich hab den Vogel jetzt freigestaltet. Ich bin die Taube jetzt. Gut, Freunde. Ah, es waren viel... Was? Es waren viel zu viele... Das waren viel zu viele Teamspiele. Das war zu... Das war vergangen. Das war wirklich... Es war Zufall. Zufall. Leute, wenn's euch trotzdem gefallen hat, dann lasst ihr nicht zufällig den Daumen nach oben da. Denn das macht ihr ja sowieso. Und wir sehen uns allerspätestens in der nächsten Vorrunde. Blablabla. 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 Vollgeist. Tschö. Tschö.